Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Zuerst einmal auch zu den aktuellen Zahlen mit den Impfungen vom Wochenende. Wir sind weiterhin mit guter Geschwindigkeit beim Impfen dabei. Es sind jetzt über 35 Millionen Impfdosen in Deutschland verimpft worden, davon 27,2 Millionen Erstimpfungen. Das sind 32,8 Prozent der Bevölkerung, die mindestens einmal geimpft worden sind, sodass wir erwarten dürfen, dass heute im Laufe des Tages wir einen Wert erreichen, dass jeder dritte Deutsche mindestens einmal geimpft worden ist. Wir haben 7,8 Millionen, die auch eine Zweitimpfung, einen vollständigen Impfschutz erhalten haben. Das sind 9,4 Prozent. Übers Wochenende haben knapp 700.000 Impfungen in Deutschland stattgefunden. Es bleibt wichtig, dass wir Tempo haben und halten in der Impfkampagne. Dafür ist auch der Impfstoff von Johnson & Johnson wichtig. Er hat nämlich einen qualitativen Unterschied zu den Impfstoffen, die wir bereits haben. Er muss nur einmalig verabreicht werden, um die volle Wirkung zu entfalten. Nun ist es so, dass wir eine neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission haben, auch für diesen Impfstoff, ähnlich wie bei AstraZeneca, weil es sehr selten, aber dann doch eben ernsthaft Nebenwirkungen gibt. Nämlich auch hier die sogenannten Hirnvenenthrombosen in Deutschland bis jetzt so gut wie noch gar nicht berichtbar, weil wir ja erst begonnen haben, gerade mit der Impfkampagne mit Johnson & Johnson in Deutschland. Aber eben die Berichte aus den USA, aus anderen Ländern werden natürlich auch ausgewertet und führen zu der entsprechenden Empfehlung. Das führt dazu, dass wir auch heute Morgen mit den Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsministern der Länder nochmal geschaut haben, wo stehen wir mit der Impfkampagne, auch mit Blick auf die über 60-Jährigen. Es ist so, dass wir bei den über 60-Jährigen in Deutschland schon deutlich mehr als 60 Prozent mindestens einmal geimpft haben. Einige Bundesländer schon über 70 Prozent. Wenn wir annehmen, dass es eine Impfbereitschaft gibt in dieser Altersgruppe von 80 bis 90 Prozent, dann sind etwa noch 5 bis 6 Millionen Menschen über 60 in Deutschland, die gerne eine Impfung für sich, um sich zu schützen, um ihre Lieben zu schützen, haben möchten, die noch keine haben. Ich gehe davon aus, dass wir bis Ende Mai alle über 60-Jährigen in Deutschland, Ende Mai, Anfang Juni, die geimpft werden wollen, auch werden haben, impfen können. Nun ist es aber so, dass die größten Mengen und Lieferungen von Johnson & Johnson wir für Juni, Juli erwarten, nämlich über 10 Millionen Dosen. Und deswegen haben wir miteinander gesprochen, auch in dieser Phase der Pandemie, in Kenntnis der Empfehlung der Ständigen Impfkommission und in Kenntnis der ernstzunehmenden, aber doch sehr seltenen Nebenwirkungen, die auftreten können, dass wir für den Impfstoff von Johnson & Johnson wie bei AstraZeneca die Priorisierung aufheben. Das macht die Corona-Impfverordnung auch möglich im Sinne einer zügigen Verimpfung dieses Impfstoffes. Die Priorisierung also aufheben und damit allen die Möglichkeit geben, mit diesem Impfstoff geimpft zu werden, nach ärztlicher Aufklärung und individueller Entscheidung. Also genauso wie wir es bei AstraZeneca machen, werden wir es auch bei Johnson & Johnson machen, um dann auch pragmatisch in dieser Impfkampagne weiter mit Geschwindigkeit arbeiten zu können. Das bringt mich zu einer letzten Bemerkung. Das Gefühl ist im Moment besser als die Lage. Sicherlich hat das gute Wetter auch an diesem Wochenende damit zu tun. Auch gute, ermutigende Entwicklungen, sinkende Inzidenzen in vielen Bereichen des Landes, auf den Intensivstationen eine ermutigende Entwicklung. Aber wir sind immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau, von dem wir im Moment die sinkenden Zahlen haben. Aber das Niveau ist weiterhin zu hoch. Und das macht es eben umso notwendiger, in der Impfkampagne mit Geschwindigkeit dabei zu bleiben. Daher bin ich den Kolleginnen und Kollegen in den Ländern sehr dankbar, dass wir heute auch gemeinsam und einheitlich diesen Beschluss haben treffen können. Wir kommen. Wir kommen.